Hey Leute, ich bin's Markus und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist. Solltest du neu auf meinem Kanal sein, ein herzliches Willkommen auch an dich und auf jeden Fall nicht vergessen, meinen Kanal zu abonnieren, damit du zukünftig auf weitere Videos von mir aufmerksam gemacht wirst. Ja, es gibt viele Bildbearbeitungs- oder Farbbearbeitungsprogramme auf dieser Welt, aber ich persönlich arbeite immer mit Lightroom Classic und von daher dreht sich diese Videoserie ausschließlich um das Thema und ganz schön komplex, vor allem, wenn man gerade erst anfängt. Auch ich persönlich habe mit Lightroom Classic von Null an begonnen und habe sicherlich nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen. Darum habe ich beschlossen, gemeinsam mit dir zusammen eine Serie von Lightroom Classic Filmen, Tutorials, nenn's wie du willst, auf die Beine zu stellen, die uns gemeinsam durch die Funktionen von Lightroom Classic führen wird.